Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video heute aus den Wohnwagen meiner Eltern. Ihr habt es bestimmt im letzten Vlog und auch auf Instagram mitbekommen, dass ich die letzten Wochen nur am aussortieren war und dann, ja wir waren nur am aussortieren und am einräumen, weil wir alles, was wir mit nach Portugal nehmen, erst hier zu meinen Eltern bringen mussten, weil wir das hier in den Wohnwagen räumen, den wir mit nach Portugal nehmen. Der wird von einer Spedition abgeholt in 1-2 Wochen. Und ja, ich hatte dieses Bild hier gepostet von allen Kartons, die mit nach Portugal kommen und ihr wart sehr begeistert, wie viel ich auch die letzten Wochen ausgemistet habe und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt einfach mal, was wir mitnehmen nach Portugal, was alles in diesen Wohnwagen kommt und später auch in unser Haus. Vielleicht kurz zur Info, ich hatte das große Glück, dass ich einen Großteil meiner Bücher einfach ganz oben im Regal in unserer Wohnung stehen gelassen habe. Also das ist wirklich so ein Regal unter der Decke, da kommt man ohne Leiter gar nicht hin und es sah dekomäßig ganz schön aus, deswegen dachte ich mir, okay, die Bücher lasse ich erstmal da, vielleicht habe ich nächstes Jahr Bock, die aussortieren, aber ehrlich gesagt sieht das ganz schön aus, wenn die da oben stehen, vielleicht lasse ich die auch einfach für immer da. Und wir konnten ganz viele Küchenutensilien da sein, nächste Woche muss ich mich da noch ein bisschen um den Vorratsschrank und den Kühlschrank kümmern, aber Küchensachen mussten wir auch nicht aussortieren und wir nehmen keine Möbel mit nach Portugal. Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, ich glaube, keins unserer Möbelstücke würde in die neue Wohnung passen, weil sie halt super klein ist und kaum Wände hat. Also sie ist ganz offen und hat ganz viele Fenster, ne bodentiefe Fenster heißt es und es würde einfach nichts in diese Wohnung passen und wir müssen echt total wenig auch kaufen. Vielleicht einen Tisch mit Stühlen und Sofa und ein Bett. Mehr brauchen wir nicht. So ein paar Regale, da mache ich einfach Holzplanken irgendwie an die Wand. Also ich möchte das auch wirklich sehr minimalistisch einrichten und ja, deswegen bleiben alle Möbel in der Wohnung und auch alles Geschirr, denn wir vermieten unsere Wohnungen in Berlin möbliert. Und ja, jetzt da zeige ich euch mal die Kisten und was alles so drin ist, wie ich sie einräume und was mit nach Portugal kommen. Ich denke, als erstes werde ich hier alle Oberschränke einmal vollräumen. Die gibt es auf der Seite und auf der Seite auch nochmal. Und hier ist ein Schrank. Diesen Wohnwagen stellen wir übrigens neben unser Grundstück oder auf unser Grundstück und den möchte ich auch irgendwann so mega geil bohemianmäßig einräumen. Hier ist auch noch Schränke, ja genau, mit Teller und so. Ich glaube, da werden wir auch noch vieles da lassen. Parton Nummer 1. Ein Schlafsack. Die Schwimmweste von der Alma. Magnesiumpulver von meinem Freund. Das sind so Küchenortensilien. Das sind meine Wachstücher, das sind meine Bambus, Strohhalme und mein To-go-Besteck. Meine absoluten Lieblingsgläser nehme ich mit. Die habe ich in einer Glasbränderei. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ich glaube, am Tegernsee. Ich weiß nicht mehr, am Schliersee irgendwo gekauft. Und ich liebe sie, deswegen kommen die mit. Eins, zwei, drei, vier. Mein Lieblingsrucksack. Ich liebe ihn, der so schön bestickt. Den möchte ich jetzt endlich mal tragen. Der ist noch total neu. Ich habe den bestimmt schon über 20 Jahre und habe ihn nie getragen. Denn ich habe ein Problem mit neuen Dingen. Ich trage sie nie. Ne, nicht mit neuen Dingen, mit Dingen, die mir mega gefallen. Und ich dachte mir, jetzt oder nie, der kommen wir nach Portugal. Außerdem der Alma-I-Rucksack. Winterhausschuhe. Schal, Mützen, Handschuhe etc. Es wird ja da auch kalt im Winter. Und dann noch ein paar Schuhe. Und fürs Bad schon mal so eine Holzschachtel. Zweiter Karton steht schon drauf. Portugal-Kleider mit Kleiderbügeln. Die kann ich hier ganz cool in den Schrank hängen. Und ja, also hier sind nur Kleider, Kleider, Kleider drin. Ich zeige euch das dann alles einfach mal eingeräumt. Und jetzt nicht jedes einzelne Teil, aber es ist halt ein Karton voller Kleider. Dritte Kiste sind auch Portugal-Kleider drin. Genau, hänge ich jetzt auch auf. Und in der anderen Kiste war noch mal eine Wolldecke. Die habe ich mir in Island gekauft, als ich kurz vorm Erfrieren war. Als wir im Juni-Zelten waren. Aber es ist fast minus gerade harte Nacht. Also um die Nullpunkt. Das war richtig crazy. Und ihr seht, also alles, was ich mitnehme, hat eigentlich echt so wirklich eine Geschichte und eine Bedeutung für mich. Und das ist mir echt wichtig. So, und jetzt hänge ich weiter Kleider auf. Vierte Kiste. Portugal Herz. Was habe ich da reingetan? Was ist das? Das ist immer spannend, was ich da reingeräumt habe. Ah, unser Drucker. Genau, also unser Drucker kommt natürlich mit. Wir werden ja dann irgendwann auch ein Büro haben. Ah ja, und hier sind halt alle meine Kosmetik-Sachen drin. Also wirklich so mein Waschbeutel gegen Mikroplastik. In dem Döschen sind jetzt zum Beispiel Rasierklingen drin. In dem Säckchen sind unsere Medikamente drin. Und ganz viele Ersatz-Zahnköpfe. Also das ist so der Bereich Badezimmer. Wo räume ich das denn rein? Ach, ich glaube, da nehme ich mir auch einfach so einen Schupfer da hinten und räume das rein. Aber ja, also das ist jetzt unspektakulär. Einfach nur so wirklich so Zeug fürs Badezimmer, wo ich so ein bisschen auch Reserven habe. Also auch zum Beispiel meine Kokosöl, um mir meine Kosmetik selber zu machen. Dann habe ich hier noch Damenbinden. Eine Zahnpasta. Also auch so Ersatzprodukte, die ich noch zu Hause hatte, nicht wegschmeißen wollte. Und die ich natürlich mitnehme, um dort vor Ort aufzubrauchen. Nr. 5 ist leicht. Das ist schon ein gutes Zeichen. Und ja, meine absolut geliebte Wolldecke. Wo ich schon hundertmal gefragt wurde, wo ich die her habe von Etsy. Eigentlich kann ich sie nicht empfehlen, denn die fusselt mehr als der Hund hart. Aber ich liebe sie einfach, deswegen muss sie mit. Auch wenn sie alles voll fusselt. Und ja, hier habe ich meinen alten Laptop. Ich habe immer so einen Ersatzlaptop, wenn meiner mal kaputt geht. Das ist mein alter und Ladekabel. Meine tollen Rucksäcke. Und ah, die habe ich dann vermisst. Noch mehr Kleiderbügel. Werde weg. So, wie ist da rein, Karton leer. Äh, 6er Karton. Ich bin so schlecht im Müttenzählen, aber ich glaube, das ist der 6er. Das ist selbst für mich immer wieder überraschend. Was habe ich da letzte Woche eingepackt? Ah, der gehört meinem Freund. Klamotten und Zeugs. Der kommt erstmal irgendwo unten drunter. Das muss der selber aufräumen. Puh, okay. 7er Karton. Super leicht. Ah, ich glaube, das bleibt auch im Karton. Das sind die zwei Kissen. Ich habe so tolle Zirbenkissen, vegan und made in Österreich von Simplesleep. Die kommen auf jeden Fall mit. Da möchte ich mir auch noch die Bettlaken kaufen dazu. Die Bettwäsche, also Bettbezug. Wie nennt man das? Das Hauptteil mit dem Bettdecke. Die Bettdecke möchte ich auch noch dazu kaufen. Und was auch unbedingt mit muss, mein Löwenkopf. Das ist eine der wenigsten Deko. Deko-Sachen aber. Den hatte ich in Namibia in den Townships von einem Künstler abgekauft. Und das war mega direkt, weil ich konnte es nicht so bar bezahlen. Dann bin ich dann in Berlin zu irgendeiner Bank, wo man Geld schicken kann. Also völlig kompliziert. Aber der ist dann irgendwann in Berlin angekommen und ich liebe ihn. Und ich liebe ihn und ich bin ja Löwe vom Sternzeichen und erinnert mich so krass an diese wunderschöne Reise. Und deswegen muss der mit. Gut gebettet in zwei Kissen. Das lasse ich auch in einem Karton. Das ist ganz cool. Das kann ich hier einfach unter das Bett schieben. Kartonkissieb kann ich nicht hochheben. Der ist zu schwer. Aber das sind, ups, alle Bücher drin. Also noch viel mehr. Die räume ich jetzt alle mal in ein Schubfach. Also ganz viele Bücher drin, die ich mitnehmen möchte. Bloß zweimal Bettwäsche. Bettwäsche, einmal ich möchte unbedingt meine selbst wundervoll gebartigte Bettwäsche mitnehmen. Und das war's. Mehr war da eigentlich nicht drin. Bücher und Bettwäsche. Die raume ich jetzt da drüben ein. Der achte Karton, der ist nur halb leer. Ich weiß nicht, das war der letzte Karton, den wir gepackt haben. Da sind unsere zwei Fahrradhelme drin. Ein Makaramé, das hat meine Schwester, glaube ich, irgendwie in der Grundschule gemacht. Das ist so schön. Das will ich mitnehmen. Und unsere TRX-Bänder. Damit mache ich Sport. Könnte ich auch mal wieder anfangen demnächst. Noch ein Teil für unseren Buggy. Wir haben ja noch drei Kisten und ein paar Kleinzeugs, so was wie Buggy, eingelagert in Portugal. Das brauchen wir dafür. Und da drin ist Druckerpapier drin. Hab ich jetzt einfach auch mal mitgenommen. Karton 9. Das sind einmal Spielsachen, die sind auch schon gut verpackt. Und da haben wir zusammen ausgesucht, was sie gerne mitnehmen möchte. Und in den Karton. Und genau, das wird einfach, glaube ich, irgendwo unter den Tisch geschoben. Das ist schon gut verpackt. So, der nächste Karton war auch mega schwer. Hier sind nochmal ganz viele Bücher auch von der ALMA. Das ist mir total wichtig, dass wir ihr auch viele Bücher mitnehmen. Also ganz viele Bücher von der ALMA. Dann hier zum Beispiel noch Gürtel von mir. Zwei Stück, die ich mitnehme. Und hier auch Malstifte von der ALMA. Einen Jutebeutel. Mein Etikettiergerät. Etikettiergerät. Ich möchte nämlich alles schön etikettieren. Und hier so ein ganz kleines Döschen mit Schmuck zum Beispiel. Und dann zum Beispiel, das finde ich auch so schön, das ist ein Topfuntersetzer. Und ja, ansonsten Bücher, 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 Bücher. Und noch, weil ich da euch noch viele Rezepte zeigen möchte. The Glowbox. Wie man Naturkosmetik selber machen kann. Es wird langsam warm in diesem Homebar. Können wir mal einen Topf machen. Und hier habe ich Kiste, I don't know, 10 oder so. Da war meine dicke Winterjacke drin. Und so ein bisschen Krimsch-Gramsch ist da jetzt. Zum Beispiel ein Holzbrett, das mir total wichtig ist, dass ich mitnehmen möchte. Kerzen. Leisten für den Bilderrahmen. Noch ein paar Bücher und Hefte. Ein Seifenspender aus Holz. Ein Bild, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Das ist eine Trauerkarte von einer Freundin, die vor schon ein paar Jahren an Krebs gestorben ist. Und super traurig, aber ich muss sagen, das war so ein Ereignis, das mich nach Portugal gebracht hat. Weil ich da gemerkt habe, hey, verschiebe deine Träume nicht auf später, weil du einfach nicht weißt, ob es später gibt. Und so traurig die Geschichte es ist, das Positive für mich ist daraus, dass ich das wirklich hier mache. Also ich glaube, ohne sie und was ihr passiert ist, würde ich nicht hier sitzen. Weil dann hätte ich gesagt, ja, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, über, über wieder nächstes Jahr. Und jetzt sitze ich hier und packe und nehme sie ein Stück mit. Ein kleines Reisebügeleisen. Seife- und Seifenspender. Ah, meine Deko-Apotheker-Fläschchen. Die finde ich so schön. Damit möchte ich meine Wohnung dekorieren. Davon habe ich drei Stück dabei. Bababa, der Surf-Poncho. Hier auch eine Schüssel, die ich gerne mitnehmen möchte. Und noch eine Schüssel, alles in grün-Türkis. So ein paar Schüsselchen und Körbe. Eine volle Decke, ein Strandtuch und noch ein bisschen Notizbücher. Kleinscheiß. So, hier habe ich noch so ein paar Deko-Elemente. Zwei Weinkisten möchte ich mitnehmen und gerne meine schönen Körbe hier. Da ist mal das Spielzeug von der Alma drin. Ich nehme außerdem noch mit so eine schöne kleine Tasche. Die verkaufe ich an einem Second-Hand-Laden vor Ort. Ich wusste einfach, die wird voll gut denen gefallen. Und bevor ich sie hier irgendwie liegen lasse, nehme ich sie einfach mit und gebe die weg. Dann habe ich hier noch eine ganz gemütliche Kuschelschaldecke. Eine, ja, zwei Sachen, so Winter-Hardcore-Sachen für Alma. Die habe ich jetzt schon eingepackt, weil sie die jetzt nicht braucht. Ansonsten sind von Alma hier noch gar keine Klamotten. Die werden wir in einem Koffer mit dem Auto mitnehmen, weil mein Freund ja mit dem Auto fährt. Und dann haben wir noch zwei Koffer mitnehmen, nämlich die Sachen, die wir jetzt die nächsten drei Wochen noch brauchen. Weil wir sind noch drei Wochen hier in Berlin und in Schweinfurt. Und da brauchen wir natürlich auch noch ein paar Sachen zum Anziehen. Und die kommen Koffer und auch alle. Klar, von der Alma, außer die beiden. Und von der Alma hier noch, äh, Bittbüsche. Was ich auch noch mitnehme, ein Deko-Element von meiner Schwester. Das ist so eine schöne Muschel, die werde ich gleich in die Eingangstür hängen, wenn wir einziehen. Mein guter Plan für 2022. Den habe ich mir schon bestellt. Da habe ich irgendwie noch eine Strumpfhose gefunden. Das ist ein ganz cooles Schloss. Das kann man unter das Auto hängen und den Haustürschlüssel reintun, wenn man surfen geht. Außerdem wollte ich mitnehmen so ein paar Tupperdosen und einen To-Go-Becher, weil wir haben da unten ja wirklich gar nichts. Eine Duftkerze, Salz, meine Zwitscher-Box, die kommt ins Klo. Jedes Mal, wenn man vorbeiläuft, macht die so Zwitscher-Sound und ich liebe es. Ihr wisst ja, ich liebe Waldbahn, ich liebe den Wald und den vermisse ich leider sehr in Portugal. Deswegen hat mir meine Schwester jetzt ja zu Weihnachten diese Zwitscher-Box geschenkt. Dann diese wunderschöne Tasche, äh Tasche, Tasse nehme ich noch mit. Und dieses wunderschöne Brett. Also es ist eine bunte Mischung an wirklich Dingen, die mir einfach viel bedeuten, die ich mitnehmen will. Und alles andere bleibt dahoam oder ist entsorgt, ausgemistet, eingelagert, etc. pp. Eingelagert ist eigentlich nur eine Kiste zu Kinderklamotten. Die letzten Sachen sind im Camper. Hier ist eine Box, ähm, da ist mein Sauberkasten drin. Mein Natron, meine Zitronensäure, alles mögliche, ich mache ja immer meine Putzmittel selber. Und das möchte ich auch in Portugal machen. Hier habe ich mir schon mal ein Grundstock, alles was ich noch hatte mitgenommen und finde vor Ort dann bestimmt auch die einzelnen Zitaten. Außerdem wollen wir mitnehmen einen Wanderrucksack. Man kann in Portugal so mega schön wandern und wir wollen vielleicht wirklich mal längere Touren machen. Ein Zelt. Ich weiß nicht, ob wir da einmal bei Zelten gehen. Und diese wunderschöne Kiste, das ist so eine Holzkiste aus der Werkstatt von meinem Papa. Die ist wunderschön, die wollte ich dann wegschmeißen. Ich dachte mir, bist du verrückt, die nehme ich mit. Die hatte ich schon in Berlin und die kommt jetzt mit nach Portugal. Und yo Leute, das war's. Das kommt also alles mit nach Portugal. Ich hoffe, es hat euch interessiert und gefallen. Gibt es irgendwas, was ihr total vermissen würdet, wo ihr sagt, hä, warum hat die Christine das denn nicht eingepackt? Vielleicht ist euch jetzt so aufgefallen, das ist wirklich so ein bisschen random. Es gibt viele Sachen, die ich vor Ort nochmal besorgen muss. Aber ich habe wirklich nur Dinge jetzt da eingepackt, die ich unbedingt brauche oder die mir wirklich viel bedeuten. Und ja, wie gesagt, drei Kisten sind noch in Portugal. Die müssen wir da noch abholen und auspacken. Da sind halt meine Neobrens drin, ein paar Klamotten und ein paar Kinderspielsachen und unser Buggy. Und ansonsten nimmt mein Freund nur noch zwei Koffer mit im Auto und den Hund. Und das war's. Cool. Ich freue mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt gerne dem Video einen Daumen hoch. Herz soll ein Like. Abonniert mich. Empfehlt mich weiter. Ich freue mich, wenn ihr in den nächsten Runden dabei seid. Ciao.